Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe griechisch-pontische Vereine, wenn Sie sich erinnern, wenn ihr euch erinnert, stand ich heute vor zwei Jahren bei euch und habe ein Versprechen abgegeben, dass ich gesagt habe, wir werden im Deutschen Bundestag in der parlamentarischen Beratung und Debatten diese Geschichte nochmal benennen. Und das ist so, dass wir in den nächsten Wochen im Deutschen Bundestag eine Petition vorliegen haben, die eingereicht worden ist im Jahre 2021 zur Anerkennung des Völkermordes und des Genozids an die Pontus Griechen, die wir und gemeinsam auch mit meinem Kollegen Bernd Rixinger von den Linken geschafft haben, innerhalb der parlamentarischen Beratungen jetzt in einem gemeinsamen Gespräch mit dem Auswärtigen Amt in ein näheres Gespräch zu kommen. Dieses Gespräch wird in den nächsten Wochen stattfinden. Ich schätze, dass das Anfang Juni sein wird, wo wir diese Petition gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt beraten. Im Anschluss ist es dann meine Aufgabe, weil ich das für die SPD-Bundestagsfraktion berate, gemeinsam mit allen anderen Fraktionen und das heißt mit allen anderen Fraktionen zu einem Votum zu kommen. Ich möchte das gerne nochmal erklären. Das bedeutet im Petitionsausschuss, dass wenn alle Parteien, was diese Petition anbelangt, zu einem Ergebnis kommen, dann wird diese Petition im Deutschen Bundestag debattiert. Und das ist die höchste Ebene, die wir erreichen können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist was ganz Großes, was wir da dann gemeinsam erreicht haben. Wirklich. Das, was ich aber so einfach gerade sage, ist im Handwerk ein bisschen schwierig. Ich muss mit allen Parteien reden und das sage ich wirklich mit allen, auch mit denen, die ganz weit rechts außen sind, damit ich das bis in den Bundestag reinkriege, in die Debatte reinkriege. Auch wenn mir das gerade bei unserem gemeinsamen Thema, unseren gemeinsamen Familiengeschichten sehr, sehr schwerfällt, muss man das halt im demokratischen Konsens auch tun. Ich bin aber trotzdem auf eure Hilfe in den nächsten Wochen angewiesen. Das bedeutet, wenn der Taki zu der CDU läuft, die Linken haben mir schon zugestimmt. Vielen Dank, Bernd Rixinger. Die Ampel, Partner, Grün und FDP machen sowieso mit. Gehe ich jetzt einfach davon aus. Dankeschön. Bei der CDU habe ich das jetzt am Freitag gestern angesprochen, bei der Frau Weiß. Ich nenne gerne ihren Namen, ist eine sehr, sehr gute Kollegin geworden und sie hat ihre Unterstützung zugesagt. Jetzt muss ich einen Weg finden als Demokrat, natürlich auch mit der Rechtsaußenpartei einen Weg zu finden. Aber es muss hier darum gehen, dass wir hier Gerechtigkeit, dass wir hier Aufklärung wollen. Und ich erwarte, dass von jeder Partei, die zumindest demokratisch gewählt ist, dass sie hier sieht, dass wir hier einen gemeinsamen Weg gehen müssen. Deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, in den nächsten Wochen, ich habe meine Beziehungen zu den Vereinen, kann es passieren, dass ich auf eure Unterstützung angewiesen sein werde und werde euch dann bitten müssen, auch gegebenenfalls im Hintergrund den Druck zu erhöhen, dass wir hier zu diesem gemeinsamen Votum der Petition kommen, um das Ding dann im Bundestag zu debattieren. Ich hoffe auch, dass ich das dann vorstellen kann, die Petition. Ich hoffe aber, dass das nur der erste Schritt ist. Wir müssen auch, was die Anerkennung des Völkermordes auch 2016 an die Armenier anbelangt, bei dem wir ja thematisch zumindest, ich sage mal unglücklicherweise, als sonstige christliche Minderheiten benannt worden sind, bei einem Umfang von anerkannt vielleicht 353.000 Opfern. Die Dunkelzahl, die ist ja über eine Million, dass wir das nicht akzeptieren, dass wir unter sonstige christliche Minderheiten abgestempelt werden. Und deshalb ist das Verfahren einfach wieder aufzurollen. Und liebe Freundinnen und Freunde, es ist nicht alles immer sehr einfach. Aber das ist ein sehr großer Schritt, was wir da getan haben. Deshalb freue ich mich drauf. Aber wir müssen am Ball bleiben. Und deshalb sagen wir Glück auf und freue mich auf die nächsten Begegnungen mit euch, mit ihnen. Und ich verspreche, am Ball zu bleiben. Allein aus dem Grund, dass es unsere gemeinsame Geschichte ist. Glück auf! Zu liegen. Zu liegen. CDU, CDU. CDU, CDU. CDU, CDU. Vielen Dank.